Was geht ab, Freunde? Daniel Sahib, Asis mit Herz, ihr wisst Bescheid. Wir sind heute hier im schönen Gipsen. Frankfurt zusammen, es kommen Künstler zusammen. Afrop ist am Start. Hassan hat uns eingeladen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. An dich, Hassan. Servus, mein Lieber. Hi, Bruder. Der Micha ist da, von den Chaoten. Petra ist auch da, sei Frau. Hi. So, wir haben hier schon einen hohen Besuch. Wir freuen uns, also die ersten Supporters am Start. Genau, dann kommt man mit. Wir gehen mal hoch, wir gucken mal. Ah, Türsteherinnen. Frankfurt zusammen hier. Ihr wisst Bescheid. Ja. Da haben wir es, die Asis mit Herz. Wie gesagt, freuen uns auf jeden Fall, dass wir hier heute dabei sein dürfen. Da haben wir den nächsten Supporter. Hi, schöne T-Shirts haben sie an. Direkt mal aufs T-Shirt. Direkt aufs T-Shirt. Direkt aufs T-Shirt. Nichts anderes, nur das T-Shirt. Also, diese tollen T-Shirts könnt ihr in unserem Store erwerben. Kommt mal mit. Wir gucken uns das Ganze mal von oben an. Also, ich muss sagen, Gipsen ist ein wunderschöner Club. Genießt mal diesen Blick hier. So, jetzt gehen wir mal Backstage. Gucken wir mal, wo der André ist. Willkommen zum großen Abend. Wir haben jetzt lange darauf hingefiebert. Es ist immer das Geile. Die Vorfreude ist die schönste Freude, sagt man. Und wenn es dann soweit ist, dann freut man sich trotzdem. Ich habe auch schon ein paar alte Kollegen getroffen. Und ja, wie gesagt, es hat mich bloß gefreut, hier so ein paar Leute von früher zu treffen. Ich war tatsächlich nie im Gipsen, komischerweise. Keine Ahnung, wir sind irgendwie ins Capitol gefahren, wir sind ins Cookies, wir sind sonst wo hingegangen. Aber irgendwie komischerweise nicht ins Gipsen. Aber es ist ein geiler Club, geiler Sound. Also, der Soundcheck war schon sehr, sehr saftig. Wenn es dann natürlich daher, oder jetzt gleich, ist gar nicht eine Viertelstunde, soll es eigentlich offiziell losgehen. Aber ich muss jetzt auch mal gucken, was da so abgeht. Ich war schon länger nicht mehr vorne. Und dann schauen wir mal, Afrop kennengelernt. Auch ein megacooler Typ, auf jeden Fall. Das ist ja immer, der spielt heute zum Beispiel Reime-Monster. Und das ist so, sage ich mal, unter den kompletten Deutschrap-Songs ever, so in den Top 20. Auch Hassan nochmal, tausend Dank auf jeden Fall, dass du uns das ermöglichst. Und es ist halt immer lustig, wenn man sieht, wie klein Frankfurt eigentlich ist, was ein Dorf Frankfurt ist, am Ende des Tages. Und ja, ich freue mich jetzt auch gleich mal rauszugehen. Mal gucken, wer im Publikum alles da ist. Und ich bin mir sicher, dass ich da noch den einen oder anderen Freund treffen werde. Deswegen schauen wir mal, wie lange der Abend noch geht, auf jeden Fall. Ja, das ist ein Asis. Aber mit Herz! Aber die beiden, ich muss sagen, neben ihrer Musik, ich liebe es. Ich habe 2009 mit denen zum Euroberat, da war ich da drin. Schön, dass sie mal krass. Ich finde, die sind so krass. Ich habe eine große Veranstaltung gemacht. Also vor 15 Jahren. Im Singkasten. Im Singkasten. Und das sind echt krank, wo die Jungs. Nicht nur mit der Musik, sondern mit dem, was sie neben der Musik alles auch für diese Stadt machen. Und sie halten unserer Stadt die Treue. Und das sind nicht so deine beiden. Und deswegen lassen wir uns jetzt gemeinsam, Hassan, auf die Bühne bitten. A, Z, Z, I, S, mit Herz! Ja, die sind her. Ja, das ist sehr gut. Was geht ab, Freunde? Das ist nicht so, was ich eigentlich. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Ich bin nicht so.